Meine Herren, heute ein vorbezogenes Fußballspiel zwischen Viktoria Anrad und SV St. Tönes. Ihr hattet darum gebeten, weil ihr hatten eine Schulveranstaltung am Samstag. Kommt uns ganz gelegen, bei uns ist es genauso. Danach die Woche müssen wir auch alle, ihr wollt euch die Schulen anschauen, deswegen haben wir dem auch zugestimmt. Wir wollen hier den Sportsgruß machen und bitte ich euch, ordentliches Fußballspiel. Keine Wörter, keine Fouls, die ich nicht sehe. Das, da lege ich schwer drauf. Welche Dienste, sie ist nicht. Da lege ich schwer drauf, ihr kennt mich, bin nicht falsch. So, der St. Tönes soll diesen Gast, da bitte ich auch bitte den Sport. Wir wünschen unsere gegnerische Mannschaft und unser Schiedsrichter mit einem Dreifahren SV St. Tönes! St. Tönes! St. Tönes! Wir wünschen unsere gegnerische Mannschaft mit einem Dreifahren-Viktoria-Einrad! Victoria! Einrad! Victoria! Einrad! Sehr schön, dann stellt euch auf. Ah, stopp, wo ist der Kapitän? Ich gehe den Wort. Ich gehe den Wort.